Ich hätte können sagen, ich war halt da nicht bei mir. Ja, da warst du gar nicht hier. Ich war da nicht bei mir. Ich weiß auch, wie genug war. Ich habe den eigentlichen Zuhörer. Ich habe den ganzen Zuhörer geraten. Da bin ich den eigentlichen Zuhörer. Ich habe auch immer so gesagt, ich weiß heute noch nicht, dass das... Ja, ich habe das so intensiv gemacht, dass man nicht weiß, ist das jetzt wahr oder nicht. Das war heute nicht los, ne? Das war heute nicht los.